Deutschland ist nicht nur bekannt für seine tollen Autos und das leckere Brot, sondern leider auch für seine Bürokratie. Sind Sie schon mal an Formularen verzweifelt? Ich auch. Daher setze ich mich weiterhin für einen schnellen und stetigen Bürokratieabbau in Deutschland ein, um neue Unternehmen anzusiedeln, den Start-ups die Hürde zu nehmen und eine Beschleunigung bei Planungsprozessen zu erreichen. Denn wenn unsere Bürokratie mehrere Jahre braucht, um Entscheidungen zu treffen, kann das für einige Unternehmen schon zu spät sein. Ich bin davon überzeugt, dass wir schneller, flexibler werden müssen. Digitale Prozesse in unseren Ämtern und Behörden sind dabei nur ein Thema, für das ich bereits seit vier Jahren in Berlin kämpfe. Wenn Sie davon überzeugt sind, dass meine Stimme im Bundestag Gutes für die Wirtschaft in unserer Region bedeutet, dann geben Sie mir am 26. September Ihre Stimme. Vielen Dank, Ihre Petra Nicolaisen. Vielen Dank.